Herzlich willkommen bei einem weiteren Video der Reihe Nachhaltiges Bauen, Zertifizierungssysteme am Beispiel des DGNB-Systems. In diesem Video soll es nun darum gehen, kurz in das Thema Lebenszykluskostenplanung einzusteigen, dem weiteren Lebenszyklusplanungsaspekt neben der Ökobilanz, die wir hier etwas näher betrachten wollen. Es geht nicht um eine vertiefte Analyse einzelner Bewertungsmethoden, sondern erstmal um einen Einstieg ins Thema. Auch da brauchen Sie die Präsentationen, die Sie im entsprechenden Online-Kurs finden. Wir werden nun zunächst darüber sprechen, was eine Lebenszykluskostenanalyse, LCC, abgekürzt überhaupt ist und welche Relevanz das besitzt. Dann werden wir uns anschauen, wie eine solche Lebenszykluskostenanalyse aufgebaut ist und ganz kurz noch einen Blick werfen, wie das bei Quartieren erfolgen könnte. Also was versteckt sich jetzt hinter einer Lebenszykluskostenanalyse, LZK, abgekürzt? Bei einer Lebenszykluskostenanalyse spricht man, oder davon spricht man, wenn ich sozusagen den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie kostenmäßig bewerten möchte. Also die Planung, die Realisierung, die Nutzung oder die Bewirtschaftung und auch gegebenenfalls Prozesse am Ende des Lebenszyklus. Der englische Begriff dafür ist Lifecycle Cost oder Lifecycle Costing oder Analysis, LCC, abgekürzt. Bei uns ist das definiert, die Lebenszykluskosten in der DIN ISO 15686. Und wie ist das jetzt aufgebaut? Das schauen wir uns jetzt kurz an. Wir haben bei einer Lebenszykluskostenanalyse diese vier Bereiche, die wir bewerten müssen. Das sind zum einen die externen Kosten, dann gibt es die Zusatzkosten, also dem Gebäude nicht unmittelbar zugeordnete Zusatzkosten, dann die eigentlichen Lebenszykluskosten im engeren Sinne und eventuell auch Einnahmen. All das macht die Lebenszykluskosten Planung, Analyse, Berechnung letzten Endes aus. Wenn wir uns nun die Lebenszykluskosten anschauen als Schwerpunktthema, dann zählen dazu die Baukosten natürlich, die Errichtungskosten, die Herstellkosten auch genannt, die Betriebskosten. Das sind zum Beispiel Energieaufwendungen oder Wasserabfall, Wasser- und Abwasserkosten. Dann die Kosten für Reinigung, Pflege, Instandhaltung des Gebäudes und der Anlagen und noch die Kosten für Rückbau und Entsorgung. Klassische immobilienökonomische Betrachtungen picken sich jetzt wiederum daraus bestimmte Kostengruppen oder Kostensegmente raus. Das sind zum einen auch die Herstellkosten, die Baukosten. Dann aber auch zum Beispiel die Planungskosten, das sind die Zusatzkosten und auch die Einnahmen natürlich. Es geht ja um die immobilienökonomische Betrachtung des Ganzen. Das heißt, da weichen wir in der Lebenszyklusanalyse, Lebenszykluskostenanalyse davon ab. Die kommunalfiskalische Betrachtung wiederum ist wieder eine andere. Das sehen wir hier. Die spielt jetzt bei uns nicht so die große Rolle. Deswegen können wir das auch überspringen. Und was wir jetzt hier machen wollen, ist die Lebenszyklusbetrachtung. Die klassische Lebenszyklusbetrachtung nach den Kriterien der DGNB für einen Neubau. Wir werden jetzt gleich oder später auch sehen, wie wir an diese einzelnen Kostenbausteine kommen. Also die Baukosten, die Betriebskosten, die Unterhaltskosten und Rückbaukosten. Welche Relevanz steckt jetzt im Thema? Wenn wir uns das anschauen, je nachdem, aus welcher Perspektive ich jetzt da schaue, habe ich bei einem Gebäude natürlich unterschiedliche Lebenszyklusphasen. Das heißt, ich habe eine Planungsphase, eine vorgeschaltete, wenn man so will, die dann übergeht in die Errichtungsphase. Da spielen dann die Baukosten mit rein. Nach Fertigstellung sind das die Nutzungskosten, die Nutzungsphase und natürlich die Rück- oder Umbaukosten. All das ist auch verbunden einerseits mit, naja, stofflichen Aufwendungen und aber auch energetischen Aufwendungen. Ob das Ganze dann ins Gewicht fällt, die Planungskosten, das hängt jetzt vom Betrachtungsrahmen ab. Bei der DIN und bei der DGNB rechnen wir die Lebenszykluskosten nicht mit, Quatsch, die Planungskosten, Entschuldigung, werden nicht mit reingerechnet. Warum? Warum ist das wichtig? Das sehen wir jetzt hier. Wir haben unterschiedliche Änderungsaufwendungen, beziehungsweise ich habe eine unterschiedlich gute Beeinflussbarkeit meiner Planung, meines Bauwerks. Also zu Beginn der Planung sind die Grundlagen für eine nachhaltige Ausrichtung von Gebäuden zu legen und die Konzepte am besten, am einfachsten zu optimieren. Aus dem Grund gibt es auch dieses Vorzertifikat, also dass ich ein Stück weit auch diese Untersuchungen vorziehen kann, auch in die Vermarktung schon gehen kann, also vor der Realisierung, aber gleichzeitig auch schon die Lebenszykluskosten analysiert habe. Und im Rahmen des Vorzertifikats werden dann Ziele definiert, konkrete Zielvorgaben, die dann über den gesamten Prozess messbar, kontrollierbar, ausführbar, planbar sind. Dadurch kann das Projekt von Anfang an unter Nachhaltigkeitsaspekten geplant und optimiert werden, nämlich zu dem Zeitpunkt, zu dem auch die größte Beeinflussbarkeit besteht. Gleichzeitig habe ich dann natürlich einen sehr geringen Einfluss der Änderung der Planung auf die Kosten. Das heißt, solange es noch kein Bauwerk gibt, sind natürlich die Aufwendungen für Änderungen ausschließlich Planungskosten. Planungskosten. Wie verteilen sich jetzt die Gesamtkosten, die Lebenszykluskosten über die einzelnen Lebenszyklusphasen eines Gebäudes? Wir haben Investitionskosten in Höhe von in etwa 20, 30 Prozent. Das heißt, nur der geringste Teil der Gesamtlebenszykluskosten sind eigentlich die Kosten bis zur Errichtung des Bauwerks. Und es ist eigentlich völlig naheliegend, dass ich mich natürlich auch mit den verbleibenden 70, 80 Prozent beschäftigen will, beschäftigen sollte, als Bauherr, als Nutzer. Nur findet das eben zu selten statt. Das heißt, man fokussiert momentan eigentlich viel zu stark auf die Errichtungskosten, auf die Investitionskosten und zu wenig zum Beispiel auf solche Aspekte wie Reinigungsaufwendungen, Energieaufwendungen, Wartung, Inspektion, Reparatur, Renovierung, Umbau oder Demontage. Dementsprechend sind dann die Aufgaben und Ziele der Lebenszykluskostenrechnung eben auch, einen Gesamtüberblick zu liefern über den gesamten Lebenszyklus und die einzelnen Bestandteile der Lebenszykluskosten. Das heißt, die Aufgabe der Lebenszykluskostenberechnung besteht darin, die Grundlagen zu ermitteln für Investitionsentscheidungen, das heißt, die Auswirkungen von Investitionen besser abzuschätzen. Also beispielsweise eine reinigungsintensive Fassade kann ich dann natürlich viel einfacher vergleichen mit einer Fassade, die nicht so hohen Reinigungsaufwand hat. Das heißt, eine Fassade, die vielleicht sehr viel Wärmegewinne erzielen kann, aber reinigungsaufwendiger ist, kann ich dann im Gesamtsystem der DGNB natürlich bewerten. Das heißt, einerseits die den Benefit durch Energieeinsparungen vergleichen mit oder gegen Gegenüberstellen mit dem höheren Reinigungsaufwand im Bereich der Lebenszykluskosten. Ich erreiche so eigentlich ein umfassenderes Ranking von alternativen Lösungen oder Varianten. Bei der Berechnung, oder die Berechnung ist ein Abschätzen oder ein Benefit oder Break-Even-Point kann ich so ermitteln zwischen Investitions- und Nutzungskosten. Also wann lohnt sich eine Investition? Wann ist es wirtschaftlich, in eine reinigungsärmere Fassade zu investieren, die vielleicht bei der Herstellung noch teurer ist? Natürlich Lebenszykluskostenrechnung auch im Rahmen der Nachhaltigkeitszertifizierung, klar, und natürlich im Sinne der Wertschöpfungskette. Wie ist jetzt so eine Lebenszykluskostenanalyse aufgebaut? Zunächst, oder es gibt drei Schritte, wir müssen uns über den Bezugsrahmen unterhalten, die Systemgrenzen festlegen, also wir haben es eben gesehen, zählen die Planungskosten mit rein oder nicht rein. Wir müssen dann Kosten ermitteln, Werte erheben und den sogenannten Kapitalbarwert ermitteln. Wie das geht, sehen wir dann auch gleich. Eine Randbedingung ist der Betrachtungszeitraum. Also es ist natürlich völlig naheliegend, dass dieser Zeitrahmen eine wesentliche Größe darstellt auf die Lebenszykluskosten. Wenn ich den Betrachtungszeitraum nur ein Jahr wähle als Beispiel, dann kommt natürlich eine ganz andere Lebenszykluskostenbetrachtung raus, als wenn ich über 50 Jahre oder 100 Jahre das Ganze betrachte. Je länger der Zeitraum ist, desto mehr Nutzungsphasen werden auch durchlebt oder, naja, durcharbeitet, durchgeplant werden müssen. Das heißt, der Betrachtungszeitraum ist natürlich maximal so lang wie die geplanter Nutzungsdauer meines Gebäudes. Nach den Kriterien der DGNB sind das in der Regel 50 Jahre. Das heißt, wir schauen uns an, was passiert innerhalb dieses Betrachtungszeitraums. Dann die Definition der weiteren Systemgrenzen. Wir haben den Betrachtungszeitraum schon gesehen, 50 Jahre sind das. Es gibt auch einzelne Nutzungsvarianten, die einen kürzeren Betrachtungszeitraum haben. Dann auf welche Bezugsgröße, auf welche Dimension beziehe ich das Ganze? Da ist die Festlegung Quadratmeter Brutto-Geschossfläche, also BGF. Welche Kostengruppen betrachte ich denn? Und das sind die Kostengruppen 300 und 400. 300 ist die Baukonstruktion, 400 sind die technischen Anlagen. Das ist die Errichtung. Das ist die Errichtungskostengruppe. Dann kommen unterschiedliche Nutzungskosten mit dazu. Das ist zum Beispiel, also Fähr- und Einsorgungskosten mit Energie oder auch Telekommunikation, Wasser-Abwasserkosten, Brennstoffe hatte ich schon erwähnt, Reinigung ganz wichtig und Pflege, Inspektion, Wartung der Baukonstruktion und der technischen Anlagen, Instandsetzungskosten, Baukonstruktion und technische Anlagen. In der Praxis wird das Ganze später pauschal erfasst. Das werden wir noch sehen. Dann, klar, ich kann das Ganze natürlich statisch betrachten. Wir werden gleich statische und dynamische Betrachtungsverfahren sehen. Aber logisch ist auch, wenn ich das Ganze über 50 Jahre betrachte, dass da natürlich die Preisentwicklung mit reinspielen muss. Also die Baukosten werden sich entwickeln, die Energiepreise werden sich entwickeln, Wasser-Abwasserkosten werden sich entwickeln. Und natürlich spielt auch die Inflation eine Rolle. Und das muss man schon erst mal getrennt betrachten, weil sich diese Steigerungssätze wahrscheinlich unterschiedlich entwickeln werden. Die Preissteigerung wird oft auch subsummiert oder man kann es ähnlich betrachten, einem Diskontierungssatz. Je nach Betrachtungswinkel ist das auch ein angestrebter wirtschaftlicher Ertrag. Das werden wir aber auch gleich sehen. Und wir brauchen natürlich die Nutzungsdauern, die Lebensdauern einzelner Bauteile. Zum Beispiel die Frage, wie lange hält ein Heizwärmeerzeuger? 50 Jahre sicherlich nicht. Also das Thema Austausch. Ähnlich wie bei der Ökobilanz letzten Endes auch. Und in welcher Form stelle ich das Ganze dar? Dadurch, dass ich ja verzinst rechne, Zins und Zinseszins mit reinnehme, ist natürlich die Frage, ich kann das ja nicht einfach aufaddieren, sondern ich brauche einen gemeinsamen Betrachtungszeitpunkt. Und das ist der Jetzt-Zeitpunkt. Insofern muss ich von diesen ganzen Beträgen den sogenannten Kapitalbarwert ermitteln. Was das ist, das werden wir dann gleich sehen. Und dann bin ich in der Lage, tatsächlich verschiedene Varianten auch miteinander zu vergleichen. Das Ganze findet man ähnlich auch im BNB-System, Bundesbauten, Bundesprogramm oder Bundessystem, nachhaltiges Bauen. Findet man das ähnlich, also die allgemeine Preissteigerung oder ein Diskontierungssatz. Da gibt es dann Abweichungen von einzelnen Systemen zueinander. Welchen Einfluss hat nun die Diskontrate oder Diskontsatz und die Preissteigerungsrate für Energie in der Praxis? Es gibt zwei verschiedene Ansätze. Es gibt einmal den finanzierungsorientierten Ansatz. Und da ergibt sich der Zinssatz aus den Kapitalkosten. Das heißt, die Kosten, die mit dem Kapital verbunden sind. Und da gibt es zwei Varianten. Entweder wird eine Finanzierung mit Eigenkapital gewählt. Dann bestimmen die Eigenkapitalkosten den Kalkulationszins. Sprich, kann ich mit einer anderen Investition mit gleichem Risiko einen ähnlichen Zinssatz erwirtschaften. Wenn ich also Eigenkapital besitze, 100 Euro, und ich kann das festverzinst irgendwo anlegen mit einem Prozent, dann wäre das vielleicht auch ein Ansatz für den Diskontsatz. In der Praxis ist das ein Blick immer zurück. Das heißt, eine durchschnittlich in der Vergangenheit erwirtschaftete Rendite in der Vergangenheit könnte ich bei Eigenkapital in Ansatz bringen. Wie gesagt, in der DGNB ist das vorgegeben. Aber, um das besser zu verstehen, hier die Erläuterung. Wenn ich nun mit Fremdkapital arbeite, dann ist es der Zinssatz, den ich dafür bezahlen muss, wenn ich mir Geld am Markt leihe. Das heißt, wenn ich jetzt mir 100 Euro leihe von der Bank zu einem Zinssatz von 5%, dann wäre das mein Diskontsatz. Dieser finanzierungsorientierte Ansatz gewährleistet, dass ich Investitionen tätige, deren Verzinsung niedriger ist als der Finanzierungssatz. Dafür sorge ich, wenn ich diesen finanzierungsorientierten Ansatz wähle. Dann gibt es noch den opportunitätskostenorientierten Ansatz. Dabei wird der Kalkulationszins aus einem Vergleich mit anderen Anlagemöglichkeiten abgeleitet. Dabei kann auf risikolose Anlagen wie Obligationen, Pfandbriefe usw. zurückgegriffen werden oder aber auch auf risikoreiche. Das ist jetzt sozusagen die Sicht eines Investors. Liegen zum Beispiel bei einer Fremdfinanzierung die Fremdkapitalzinsen über diesem Niveau, muss allerdings auf diese Fremdkapitalzinssätze zurückgegriffen werden. Wenn ich diesen opportunitätskostenorientierten Ansatz wählen würde, stelle ich sicher, dass die Investitionsrendite vorteilhafter ist als die günstigste Investitionsalternative. Heißt in der Praxis, ich habe eine Million Euro, was mache ich jetzt damit? Errichte ich ein Gebäude, weil ich damit Rendite erzielen will? Dann lege ich als Investor diesen Diskontsatz opportunitätsgetrieben fest und sage, ich investiere dann in das Gebäude, wenn ich dadurch eine Rendite von 5% erwirtschaften kann. Dann wäre das der Diskontierungssatz. Weil ich vielleicht sage, okay, ich kann auch anders anlegen, kriege dann 4%. Das heißt, warum soll ich bauen, wenn ich da vielleicht nur eine Rendite von 3% kriege? Dann lege ich das lieber an für 4%, dann habe ich mehr davon. Also in der opportunitätskostenorientierten Ansatz geht es nicht zwingend darum, überhaupt zu bauen, sondern ich als Investor möchte den maximalen Gewinn erwirtschaften. Das weicht natürlich ab von den Ansätzen der DGNB. Da ist der Diskontsatz festgeschrieben. Ich muss also als Berater, als Dienstleister für den Bauherrn eventuell eine zusätzliche Lebenszykluskostenanalyse vorgeben oder durchführen, nämlich mit einem abgestimmten Diskontsatz, einem mit dem Auftraggeber abgestimmten Diskontsatz. Bei der DGNB geht es erstmal um Vergleichbarkeit. Schauen wir uns jetzt die Kostenermittlung an, also die Werte. Ich brauche jetzt die Werte, die ich da einsetze. Woher bekomme ich das? Das heißt, in der Regel kann ich natürlich aus Standardkostensätzen die ganzen Sachen entnehmen. Das heißt, ich muss die Bauteile ermitteln, die Massen ermitteln und spezifische Annahmen für die Entwicklung der Kosten und Lebensdauern treffen, vornehmen. Und die Schwierigkeit besteht jetzt darin, in einer Leistungsphase 2, das ist der Vorentwurf, wenn ich da schon eine Lebenszykluskostenanalyse durchführen will, dass ich da natürlich noch gar nicht alle Mengen habe und noch nicht den Aufbau habe. Das heißt, die Annahmen, die ich treffe, gerade in einer frühen Leistungsphase, sind natürlich elementar für das Ergebnis. Das heißt, das muss ich sehr wohl überlegt durchführen, in Abstimmung am besten mit dem Bauherrn und mit den Planern. Wo kriege ich die Kosten her? In den frühen Leistungsphasen vielleicht aus solchen Kostendatenbanken, aus statistischen Mittelwerten. Da kriege ich dann Werte raus für den Neubau, für den Bestand, für energieeffizientes Bauen, für Gebäude, Bauelemente oder Positionen. Also vom Groben ins Feine kann ich da fündig werden, was diese Kostenansätze für die Herstellungskosten angeht. Was fehlt jetzt noch an Kosten? Ich blätter nochmal gerade zurück. Wir brauchen ja noch mehr Kosten. Wir brauchen nämlich die gesamten Nutzungskosten. Die finde ich im Handbuch der DGNB. Das heißt, wenn Sie da reinschauen in der Anlage zum entsprechenden Kriterium, finde ich die Ansätze für Fernentsorgung und so weiter. Da finde ich die Nutzungskosten. So, wie funktioniert jetzt diese Kapitalwert-Barwert-Methode, Kapital-Barwert-Methode? Da gibt es jetzt verschiedene Bezeichnungen für. An einem Beispiel. Das heißt, die anfallenden Kosten für einen Austausch eines Elements in 30 Jahren werden ermittelt. Stichwort Preissteigerungsrate. Und mit einem festgelegten Diskontierungssatz. Diskontsatz der DGNB oder in Abstimmung mit dem Bauherrn auf den Zeitpunkt der Anfangsinvestition abdiskontiert. Oder andersherum formuliert. Die Frage lautet, wie viel Geld, wie viel Kapital muss ich bei Baubeginn weglegen mit dem Diskontsatz verzinsen, damit ich in 30 Jahren die dann notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen durchführen kann. Das heißt, ich kenne den Preis eines Fensters zum Beispiel heute. Dann unterstelle ich eine Preissteigerungsrate fürs Fenster und weiß, wie viel das Fenster oder ich schätze ab, wie viel das Fenster in 30 Jahren kostet. Ich muss dann wieder abdiskontieren, zum Zeitpunkt heute mit dem Diskontsatz. Beispiel. Ich müsste, damit ich in 30 Jahren 10.000 Euro habe, heute 4.120 oder 4.119 Euro weglegen, wenn ich dafür 3% Diskontierungssatz erhalte. Dann habe ich in 30 Jahren 10.000 Euro. Und daher, das ist auch ein Grund, wegen dieser theoretischen Finanzierung oder, äh Quatsch, theoretische Verzinsung über die ganzen Jahre und Jahrzehnte, fallen dann Zahlungen in der weiten Zukunft, zum Beispiel Rückbau, wenig ins Gewicht. Ja, das ist der Grund, weil die den jetzigen Barwert nicht mehr so stark beeinflussen. Schauen wir uns das an. Alle Zahlungen werden mit ihrem Bar- oder Gegenwartswert auf den Zeitpunkt der Investition bezogen. Das schauen wir uns jetzt hier mal an. Das heißt, ich verschiebe die Investitionen im Jahr 1 zurück auf den Barwert zum Jetzt-Zeitpunkt. Gehen wir nochmal zurück. Das heißt, im ersten Jahr ohne Verzinsung ist der gleich groß. Wenn ich die gleiche Zahlung in zwei Jahren treffe, durch dieses Abdiskontieren ist es entsprechend weniger. Und je weiter in der Zukunft das Ganze liegt, umso geringer ist dann auch der Barwert, den ich heute zu erwarten habe. Genauso letzten Endes die Abdiskontierung auf Seite der Ausgaben. Also je weiter in der Zukunft ich bin, desto geringer ist der Barwert zum Jetzt-Zeitpunkt. Kann ich natürlich alles berechnen. Beispiel Photovoltaikanlage. Ich habe Investitionen von 100.000 Euro. Das sehen wir hier. Wir fangen bei 100.000 Euro im Minus an, weil es Investitionen sind. Dann unterstelle ich eine 100 kW Peak Photovoltaikanlage. Das heißt ungefähr 1200 kWh pro Quadratmeter. Das heißt, ich spare in etwa 1.000 Euro pro Jahr ein. Ich muss 500 Euro pro Jahr Wartungskosten berücksichtigen und 2.000 Euro Reparaturkosten alle 5 Jahre und habe mit 3.000 Euro Rückbaukosten zu rechnen. Wenn ich das aufkumuliere, dann entsteht folgendes Bild. Der Barwert liegt nach 20 Jahren bei 48.381 Euro. So, schauen wir uns das an. Wir haben den verkauften Strom. Wir haben Wartungsreparaturkosten alle 5 Jahre, 2.000 Euro. Ich habe Rückbaukosten am Ende von 3.000 Euro, die ich dann immer wieder in den Barwert umrechnen muss. Wir sehen hier unten die Barwerte. Und hier entsteht dann der kumulierte Barwert über die 30 Jahre Betrachtungsdauer. Nach 20 Jahren, Entschuldigung. Und da, wo dann diese Kurve die Nullachse schneidet, die X-Achse schneidet, da spreche ich dann vom Zeitpunkt der Amortisation. Wie das Ganze berechnet wird, das gucken wir uns nochmal in einem anderen Video an. Schauen wir uns jetzt die Lebenszykluskosten mit Personalkosten über 20 Jahre an. Da sehen wir dann, die Personalkosten liegen bei 80, 86 Prozent hier im Beispiel. Das heißt, im Vergleich zu den ganzen anderen Kostengruppen sind die Personalkosten das treibende Element. Die Personalkosten, Büromitarbeiter und so weiter, die werden aber nicht berücksichtigt bei der Lebenszykluskostenanalyse. Ganz wichtig. Aber hier nochmal der Hinweis darauf, dass das natürlich ganz wichtig ist, dass ich dieses Personal dann eben auch zufrieden halte und eben nicht unterschlage oder vernachlässige. Hier sehen wir jetzt alle Kriterien, die mit reinspielen in die Lebenszykluskosten. Wir sehen hier das eigentliche Kriterium, ECO 1.1 und ganz viele Kriterien spielen da mit rein. Die Herausforderungen in der Praxis sind jetzt sehr unterschiedlich. Das heißt, wir haben ganz unterschiedliche Sichtweisen, Ziele und Motive der einzelnen beteiligten Akteure. Wir haben Vermieter, wir haben Mieter, wir haben Investoren, wir haben vielleicht auch noch Firmen, die damit beteiligt sind. Und das führt dann in der Regel zu einem sehr diffusen Bild und dadurch sorgen dann solche Systeme wie die DGNB für eine Vereinheitlichung oder auch Vergleichbarkeit. Es gibt Software, mit der ich Lebenszykluskostenanalysen durchführen kann. Legep kennen Sie jetzt wahrscheinlich aus der Ökobilanz. Auch damit kann ich Lebenszykluskosten berechnen. In unserem Projektbeispiel waren die Lebenszykluskosten vorgegeben. Das heißt, Sie benutzen für das Projekt das LCC-Tool der DGNB selber. So, was sollten Sie jetzt wissen nach der Präsentation, nach dieser kurzen einleitenden Präsentation? Wie gesagt, es kommt noch ein Video zur ausführlichen Erläuterung der Barwertmethode. Aber jetzt sollten Sie diese Fragen beantworten können, auch im Hinblick auf Ihre Prüfung zum Professional. So, wie sieht das bei Quartieren aus? Das werden wir jetzt hier nicht vertiefen. Lebenszykluskostenbetrachtung bei Quartieren ist ein Sonderfall. Die gleiche Berechnungsmethode, aber letzten Endes doch so unterschiedlich im Vergleich zu Gebäuden, dass wir das hier nicht vertiefen können. So, damit wären wir am Ende des kurzen Videos zur Lebenszykluskostenanalyse oder Planung. Wie gesagt, es kommt noch ein Video zur ausführlichen Erläuterung der Barwertmethode. Ich hoffe, Sie konnten einen kurzen Einblick erhalten in die Lebenszykluskostenanalyse. Und ja, wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Und Sie sehen, die Haare werden immer länger, Corona-bedingt. Wir haben jetzt Januar 2021. Und naja, ich glaube, ein paar Wochen werden wir noch ohne Friseur auskommen müssen. Machen Sie es gut. Bis dahin. Tschüss.